Hallo Bernadette von Sportblog.cc, neben mir steht Laura Göttferd, die dreifache österreichische Staatsmeisterin im Rope Skipping und die wird uns heute ein bisschen was erzählen und zeigen, wie man mit dem Rope Skipping beginnt. Genau und als erstes beginnen wir gleich mal mit dem Basic Sprüngen. Dafür stellen wir uns vor der Seite und hüpfen einfach beidbeinig drüber. Schön darauf achten, dass die Beine zusammen sind, die Hände schön in den Körper halten. Und jetzt können wir versuchen mit Zwischensprungen Double Bounce zu machen. Double Bounce, wir bouncen einmal dazwischen. Ein Zwischensprung? Genau. Ich versuche mein Bestes. Double Bounce. Wie springe ich denn am besten? Hoch oder niedrig? Was ist besser? Am besten ist, also man muss so hoch springen, dass das Seil unten durchpasst, aber man braucht jetzt keine halben Meter hohen Sprünge machen, weil das wäre nur Kraftverschwendung. Also hoch genug, aber nicht zu hoch? Genau. Wenn ich springe, wie halte ich meine Hände am besten, weit weg oder eng? Am besten schön in dem Körper halten, dass die Arme gleich, also gleichmäßig entfernt sind, nicht dass die eine da ist und die andere da. Und auch schauen, dass wir eine gerade haben, dass nicht einer weiter vorne ist und einer weiter hinten. Also, dass immer die Achsen passen. Okay und die Achse, in welchem Winkel soll der Ellbogen? Leicht gebeugt, also nicht ganz durchstrecken, weil dann das nur anstrengen. Schön gemacht. Und ich schwinge aus den Handgelenken? Genau, das wollte ich gerade sagen. Nicht mit dem ganzen Ellbogen oder der Schulter rotieren, sondern schön aus den Handgelenken springen. Okay, das ist der Basic Sprung, nennt ihr das glaube ich? Genau, der Basic Sprung und mit Zwischensprung ist das der Double Bounce. Double Bounce. Dann habt ihr noch ein paar Tricks für die Füße? Ja. Da gibt es ja noch eine Variation. Da können wir zu Beginn machen den Sideward Straddle, das ist eine einfache Grätsche. Wir öffnen und schließen die Beine. Ja? Sehr gut. Gar nicht so einfach aus. Genau. Und wie du es schon richtig machst, bei jedem Sprung über das Seil machen wir was mit den Beinen. Also einmal öffnen wir die Beine und dann schließen wir sie wieder. Okay. Also kein Double Bounce, sondern bei jedem Mal. Genau. Ups. Ja, die Koordination ist hier gefragt. Genau. Und wenn man das kann, kann man gleich versuchen, vorwärts und rückwärts noch zu machen. Wie heißt der Sprung? Das ist das, Sideward Straddle. Einfach eine Vorwärtskriege. Vorward Straddle. Genau. Und wenn das zu einfach ist, kann man gleich von vorne wechseln. So direkt. Okay. Ja. Das ist schon ganz schön anstrengend, würde ich sagen. Ich verstehe, warum du vorher so verschwitzt warst. Jetzt kann man auch noch mit den Armen ein paar Tricks machen, hast du mir vorher gesagt. Ja, gibt es noch einige Möglichkeiten. Was gibt es da zum Beispiel? Arm-Tricks? Zum Beginn würde ich mal das Cross empfehlen, das ist einfach das Kreuzen. Ganz wichtig, dass man schaut, dass die Hände neben dem Körper sind. Am besten ist, wenn man sich von hinten hinstellt, dass die Handflächen neben dem Körper sichtbar sind. Handflächen. Okay. Genau. Und dann springen wir einfach drüber. Einfach drüber. Und kreuzen uns rein. Ganz einfach. Ich habe das Gefühl, mein Seil ist zu kurz. Schauen wir mal. Ja. Kleinen Kindern gibt man immer den Tipp, umarmt euer Kuscheltier. Also ganz fest kreuzen. Okay. Wie heißt das? Das ist das Cross. Cross. Okay. Und da habe ich die Beine geschlossen. Aber für Fortgeschrittene, die können dann versuchen, alle beliebigen Fußsachen damit zu machen. Das machen wir auch bei unseren Kindern, dass wir ihnen die Aufgabe geben, zum Beispiel kreuzen und Grätsche machen. Jetzt sehe ich gerade, du hast da längere Griffe als ich. Das bringt einen gewissen Vorteil bei dem Cross. Genau. Ich muss meine Arme nicht so bewegen. Es ist aber erst, glaube ich, für die Fortgeschrittenen, hast du mir vorher erzählt, gell? Genau. Weil sonst als Anfänger wird man dann faul und dann kommt man nicht weiter, weil man nicht weiß, wie man seine Hände bewegen muss. Das heißt für die Anfänger ein Seil mit kurzen Griff und ein einfaches Plastikseil. Um 10 Euro würdest du empfehlen, oder? Ja. Also es ist keine große Investition. Dann haben wir den Cross. Cross. Genau. Für Fortgeschrittene, die denen das einfache Kreuzen zu einfach ist. Ich bin gespannt. Einfach immer Cross wechseln. Aha. Was ist der Unterschied zu vorher? Vorhin haben wir gekreuzt und wieder geöffnet. Und jetzt wechseln wir die Arme. Bei jedem Sprung ändert sich die Hand. Ich übe. Also ich springe bei jedem Mal einmal so und einmal so. Voll konzentriert. Versuch es ein bisschen langsamer. Also man kann so einen Double-Bond-Stampo üben. Das ist eine gute Idee. Ich komme nicht mal über das Seil drüber. Also letzter Durchgang. Und gleich wechseln. Also ich glaube, das muss ich noch ein bisschen üben. Das ist für mein Gehirn ein bisschen zu viel. Es gibt ja nicht nur Freestyle-Tricks. Es gibt ja auch die schnellen Schritte. Eure Disziplin Speed Steps, die du mir schon gesehen hast. Wie funktioniert die Technik? Also man springt immer mit einem Bein über das Seil. Abwechselnd rechter und linker Fuß. Ja, du machst das schon sehr gut. Bei wem es nicht gleich so klappt. Ich fühle mich wie ein Dressur-Zert. Also bei wem es nicht gleich so klappt, der kann es versuchen, immer mit den Füßen kleben bleiben. Manche leiden dazu, so Zwischenwippen, aber das ist ziemlich schlecht. Immer kleben bleiben. Und das oft üben und dann wird man immer schneller und dann geht das ganz locker. Immer schneller. Und ganz wichtig ist auch, die Füße nach vorne zu heben. Nicht nach hinten. Also schön nach vorne. Okay. Seht ihr schon? Komplett verspannt. Gut, du schaffst 94 Durchzüge in 30 Sekunden. Genau, mit dem rechten Bein. Aber nicht mit diesem Seil. Nein, da habe ich mein extra Speed-Seil aus Stahl. Dann den letzten Schritt, den wir mir vorstellen wollen. Doppeldurchzüge. Für alle Crossfitter unter euch sicher ein Thema. Wie schaffe ich am besten und am schnellsten meine Doppeldurchzüge? Wie schafft man es schnell? Hochspringen und schnell das Seil durchziehen. Also Doppeldurchzug ist einmal springen und zweimal das Seil unter den Füßen durch. Schaut dann so aus. Springen. Kann man auch schneller machen. Wenn man so schnell springt, springt man halt niedriger. Aber zum Lernen ist es, ja, ist es gut, schnell hochzuspringen. Es ist gut, also hochspringen und schnell schwingen. Das ist ganz einfach. Ja, sehr gut. Bei wem es noch nicht gleich so in Serie funktioniert, der kann probieren. Doppeldurchzug springen, Doppeldurchzug. Also ihr seht schon, es ist nicht so einfach, dass es ausschaut. Es ist viel Koordination gefragt. Ja, schon. Es ist auch konditionell sehr anspruchsvoll. Vor allem am Anfang, wenn man so verkrampft ist, würde ich sagen. Wie lange hast du gebraucht, bis das so locker geht bei dir? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Aber ich glaube, Doppeldurchzüge haben wir auch ewig geübt. Also es gibt sogar Sprünge. Da muss man so lange üben, bis der Knopf einmal aufgeht. Und dann geht es easy cheesy. Gut. Also ich bin jetzt auf jeden Fall motiviert, das zu Hause öfter zu machen im Wohnzimmer. Meine Lampe fixieren und dann geht es los. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich mit der Springerei. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt immer noch einen kleinen Like auf das Video. Postet eure Kommentare oder abonniert unseren Channel. Bis zum nächsten Mal.